Die Papierarbeiten sind keine Vorarbeiten zu den Leinwänden, sondern sind eigenständige Arbeiten. Für mich haben die Papierarbeiten auch immer etwas Intimes, also Tagebuchähnliches. Ich mache die immer am Tisch, sitzend, und habe dadurch auch mehr Intimität, mehr Nähe zu den Arbeiten, aber auch mehr Freiräume. Also, wenn man Papierarbeit verhaut, ist es nicht so dramatisch, wie wenn man eine drei Meter große Leinwand verhaut. Für mich war es schon entscheidend, einen genaueren Blick zu werfen auf das Thema der Malerei generell. Was kann Malerei? Muss sie abbildhaft sein? Kann sie noch mehr? Kann es was anderes auch? Dadurch bin ich in die Abstraktion hinein fast notgedrungen. Es ist fast für mich eine Notwendigkeit gewesen, das zu machen. Selbst bei einem fast monochromen weißen Bild kann ich sagen, okay, das ist eine Schneelandschaft zum Beispiel. Also diese Assoziationskette ist fast nicht zu durchbrechen. Der Unterschied ist natürlich der, dass ich das offen lasse. Dieses so tun als ob, finde ich total interessant in der Arbeit, weil es auch die Reflexion weiter treibt. Ich versuche eher, das analytisch auch zu zerlegen und zu schauen, wo gibt es noch Möglichkeiten nach diesen Millionen von Bildern, die gemalt wurden, also wo gibt es noch Möglichkeiten irgendwie an die Zeit anzudocken, das weiter zu treiben, an die Grenze zu treiben. Das war dann sozusagen doch auch wieder eine Überlegung, so kompositorische Elemente, auch wirklich fast traditionelle Elemente wieder zuzulassen, mich mit der klassischen Moderne auseinanderzusetzen, weil das ist immer noch nicht erledigt. Die Leute glauben immer, es ist alles schon so, es geht alles so vorbei, so linear, aber das stimmt ja nicht. Ich überlege mir das Material, ich arbeite mit der Flüssigkeitskonsistenz der Farbe zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel das, was den Zufall auch bewusst mit einschließt. So kann ich einfach in den Dialog treten mit dem Bildträger, mit dem Medium, mit dem Bildträger. Es ist einfach ein Aufbauen und ein Zurücknehmen, also ein Schichten und wieder Reduzieren. Und es muss halt formal stimmen, die Komposition muss stimmen, die Gewichtung muss stimmen. Das sind halt jetzt auch Entscheidungen, die natürlich jetzt nur ich treffen kann. Es gibt auch eine emotionale Komponente. Diese direkte Übertragung zum Beispiel, also ohne Maschine dazwischen, ohne Apparat dazwischen, ist etwas, was mich auch interessiert. Diese Körperlichkeit fast, die bei anderen Medien nicht so vorhanden ist. Es geht mir auch um Lust, Emotionen, Zärtlichkeiten. Ich würde gerne eine Sprache entwickeln, also eine eigene, die eine Kommunikation möglich macht. Ich würde das so sehen wie ein Musikstück. Es gibt sowas wie Rhythmus oder Schwere oder Heiterkeit, Sentimentalitäten. Also es ist für mich schon eine Möglichkeit, mich auszudrücken, mit der Gesellschaft in Kontakt zu treten. Ich würde das, wenn ich jetzt einenízden, mit der Gesellschaft in Kontakt zu treten. Ich würde es, wenn ich die Leute einaunig... Ich würde es auf den streets, wenn sie in Kontakt zu treten.